Von Peter wusste ich das damals ja so noch nicht wirklich, was das für ein Kaliber ist. So, das habe ich mehr, ich glaube, erst auch hier erfahren. Ich meine, er hat ja nicht umsonst 12, 16 Jahre abgesessen. Frank war eigentlich so mein Ansprechpartner. Peter war einfach so, ja, hallo, aber so wirklich, also in Vechta und in Meppen, auch nicht, wenn er die Möglichkeit hatte, dass er mit Frank zusammen irgendwie schon zu mir gekommen oder zu Ritchie halt auch. Und zu Eihaden, die kannten sich ja alle. Letztendlich hat das für mich so auch keine Rolle gespielt. Eigentlich auch die Straftaten wie Frank, das war nicht so das, was mich interessiert hat. Peterskaliber war weit weg. So, wie schon gesagt, ich habe mehr auf Cannabisprodukte geschält schon. Aber die Einstellung zu dem Ganzen, das war schon so etwas, was mich wahrscheinlich sehr geprägt hat. Egal, wenn ich 250.000 erbeute bei der Aktion und dann für sechs Jahre im Bau gehe, ist guter Stundenlohn. Versuche das mal mit Arbeit zu verdienen. Das war eigentlich nie Thema. So, natürlich, irgendwann habe ich gebohrt bei Frank. So, was hast du denn überhaupt gemacht und so? Oder ist dann mal zwischendurch, weißt du, in ihm eine Anekdote rausgerutscht. So, weißt du noch die Tür oder so? Wo sie sich drei Stunden lang dran kaputt gehebelt haben und dann am Ende festgestellt haben, dass das Fenster offen war. So was halt, ne? Ich meine, das wird schon erzählt, aber nicht ernsthaft jetzt, ja, eine Straftat geschildert. Also so lustige Sachen, was halt wie in jedem Job immer wieder mal auch passiert. So völlig dämlich eigentlich. Hätte man kontrollieren können, vorher einmal rumgehen. Nein, direkt an die Tür. Ja. Man geht davon aus immer, dass die Leute ihre Sachen sichern. Das ist aber nicht immer so. Wie viele Martinshörner mit Sirene habe ich schon an Läden gesehen, wo nur der Kasten hängt. Da ist kein Kabel, keine Sirene, nichts drin. Sieht nur so aus. Ja, sowas halt, ne? Und ich meine, so genau alles weiß ich bis heute auch nicht und ich frage ihn auch nicht so. Er wird ja auch als Buchversion seine Geschichte geben, jetzt irgendwann nach Ostern schon und dann kann man das genau nachlesen, wer Peter ist. Ja und damals einfach nur, ich denke, dass das, das Gesamtpaket war einfach auch, wie die damit umgegangen sind. Die haben das schon eher für sich akzeptiert. Aber die haben ja auch ein paar ältere Brüder. Von daher war das schon eine Gewohnheitssache für die Jungs. Die sind damit aufgewachsen. Mit dem Scheiß, den die Alten machen. Also vier, fünf, acht Jahre, zehn Jahre älteren Brüder. Aber unterbewusst so, das wissen wir, haben sie wahrscheinlich selber nicht gemerkt, ne? Und ich habe das einfach, ich habe das auch nicht bewusst aufgenommen. Das war einfach ab dem Punkt dann auch, ja, wurde es normal? Keine Ahnung. Das gehört halt dann einfach dazu, ne? Die zweite Seite der Medaille. Wenn du nur Scheiße baust, kriegst du irgendwann nur noch Scheiße zu fressen. Und wenn du nicht aufwärst, passiert es wieder. Ich weiß nicht, unterbewusst das zu akzeptieren, so, ja, also nach dieser Therapieflucht da, ja, war für mich gar okay, jetzt sitze da ab. Guck, dass du zwei Drittel rauskommst. Machst du ein bisschen mit und so. In den Meppen bin ich ja schon gar nicht mehr arbeiten gegangen. Gar nicht. Warum? Nicht mehr mehr für die Tarnung. Beim Erwachsenen-Vollzug. Ja, ich denke, die meisten kennen ihre Pappenhalme schon sehr genau. So, man verbringt ja auch viel Zeit miteinander. Und die beobachten einen ja auch. Das ist ja nicht so, dass man... Und wenn du dann mal ab und zu mal irgendwie in den Genuss kommst, mit deinem Hausleiter ein Gespräch zu führen, aus was für einem Grund auch immer. Einfach hast du irgendwelche Anträge gestellt und die werden nicht genehmigt und du willst dich beschweren und dies und das und fragen wieso, warum, weshalb. Warum stimmt die Einstalt dem nicht zu und dann hast du halt Gespräche mit ihm. Und je nachdem, wie du dich dann verhältst, wirst du auch eingeordnet. Das wird weitergegeben, die Information, wie du bist. Was weiß ich, wenn du Choleriker bist, der sagt ein bisschen was falsch und du drehst direkt durch, schmeißt mit Stühle in deinem Büro oder so. Gibt ja alles. Dann wirst du halt auch dementsprechend eingestuft. Und was verstecken, ist vorbei. Ich geh oberkörperfrei in die Freistunde, die können alle lesen. Und wenn er seinen Kollegen fragt, weil es auf Englisch auf mir steht, was steht denn da auf dem? Ja, dann weißt du was. Scheiß drauf. Und es kommen auch keine Gespräche mehr mit den Leuten im Grunde zustande, weil ich das ablocke. Und was willst du tun? Ich habe meine Monate oder Jahre schon gekriegt, die sitze ich jetzt noch ab und alles gut. Wir sehen uns vielleicht nochmal wieder, wenn nicht sehe ich irgendeinen Kollegen von dir im anderen Bau. Irgendwas wird passieren. Also für mich war klar, zu dem Zeitpunkt dann auch, Fechter und Meppen, dass das ab jetzt dazugehört und dass ich bestimmt immer wieder komme. Ich muss aufpassen, dass die Abstände länger werden und die Straftaten sich verändern und nicht größer werden im Grunde. Also schon, ja, es ist ja größer geworden letztendlich dann, aber mit weniger Schaden. Ja, für die Allgemeinheit. Das war nicht meine Motivation, also denen weniger zu schaden, aber es war meine Motivation. Ich kenne den Strafenkatalog ziemlich genau. Für das, was ich tue, weiß ich, was es für Strafen gibt, in was für einem Bereich ich mich bewege. Auch später mit dem Gras. Bis vier Kilo bist du ein Straftäter, ab vier Kilo bist du ein Verbrecher. Von Gesetzes wegen aus. Deswegen gibt es zwei verschiedene Worte dafür. Es ist eigentlich das Gleiche. Es ist einer, der im Knast sitzt. Nur der eine ist ein Verbrecher und der andere ist nur ein Straftäter. Das ist nochmal ein gewaltiger Unterschied. Und das steht auch ziemlich weit oben in der Akte dann, wer du bist, dein Titel. Wie auch immer, zu der Zeit habe ich das eingeplant, das Knast dazugehört, dann auch später. Und warum soll ich mich nicht jetzt schon dran gewöhnen? Hab doch gute Jungs hier, funktioniert doch. Obwohl Vechta dann noch recht schwer war. Das war noch so hin und her gerissen, ne? Im Mäppen war es dann ganz klar für mich. Im Mäppen, ich war ja auch gut auftrainiert und so. Ich bin auch im Vechta, der mit diesem Unfall da auf dem Arsch beziehen ging. Das war mir letztendlich egal, da hab ich so eine Arme gehabt. Scheiß drauf. Das sah noch beschissener aus, je mehr ich gewollt bin, umso beschissener sah das hinterher aus. Der Wurm wurde immer kleiner. Ja, egal. Hat mich nicht weitergejuckt. Also da musste ich mir kein langes Legis Shirt für anziehen. Hab ja keine zerstochene Arme. Hat nur ein hässliches Bild auf dem Oberarmen, was wirklich in der Proportion einfach viel zu klein ist. Naja, wie auch immer. Aber im Mäppen, klar. Im Grunde ist das das Gleiche, diese ganze Gang-Scheiße so oder die Zugehörigkeit einfach auch zu zeigen. Also nicht, dass wir jetzt eine Gang waren und uns da aufs Leben verschworen hätten. So eine Struktur mach ich nicht mit. Ich will immer für mich alleine entscheiden. Und ich will auch nichts abgeben müssen hinterher, wenn ich das bloß, weil da irgendwie vier Mann über mir stehen und die mir Befehle erteilen. Auf so einen Scheiß hab ich keinen Bock. Aber ja, Zugehörigkeit. So. Die guten Jungs kannst du lesen. Ja, und ehrlich gesagt, glaub ich, also zu der Zeit, als die Tetris gekommen sind, war ich richtig gut im Futter auch. Und da hab ich die auch mit Stolz getragen, die Tetris. Ich meine nicht, dass das... Heute ist kein Stolz mehr dahinter. Heute ist einfach nur ein Teil von mir gewesen. Oder irgendwie ja vielleicht auch immer noch. Ich hab keine Ahnung. Das war ein cooles Bild. Einfach, das hat mir schon gefallen. Ich hab mir selber zu der Zeit gut gefallen. Wie dem mich das auch heute klingt. Ich hab mich auf das Minimal runter beschränkt, so. Das bin ich und nichts anderes. Und ich hab meine Kreativität, die ich ja heute anders auslebe, hab ich damals alle in diese Sache investiert. Deswegen, also ich hab gutes Geld verdient. Immer. Egal wie fertig ich war. Ich hab immer... Irgendwie hab ich immer was hingekriegt. Immer, immer, immer. Natürlich auch die Tage dazwischen, wo du echt nix hast und am Stock gehst, weil du von den Drogen im Arsch bist und völlig kaputt bist. Und einfach nichts mehr geschissen kriegst. Aber im Grunde war ich ein Spitzenverdiener. Durchgehend. Und dann, dass halt nie was hängen geblieben ist bei mir. Nicht mal Gewicht. Nachdenkliche Untertitelung des ZDF für funk, 2017